Das sind die beiden und die stehen definitiv am Zaun, weil würden die weiter hinten stehen, würde man die nur hier sehen, aber man sieht sie auch hier drinnen. Ja, passt auf. Ne? Hier, ich sprühe mal ein bisschen vor. Da stehen sie nämlich die ganze Zeit rum. Und nachdem ich sie dann mehrfach darauf aufgefordert habe, irgendwann, sind sie dann nämlich weiterhinter gegangen. Ich sprühe nochmal ein bisschen schneller. Ach, wartet. So. 32-fache Geschwindigkeit. So, da waren sie nämlich und da habe ich sie auffordert, wegzugehen vom Ding und dann standen sie nämlich weit hinten. Und da sieht man sie hier nämlich nicht mehr. So. Und jetzt nehme ich noch eine kleine Pointe, weil da sieht man mich ja auch drauf, weil ich bin ja im Kamerafokus gewesen, als ich mit der Kamera vor bin. So. Und deswegen. Schauen wir uns jetzt nicht ins Bildglatsch. Da. So. Da bin ich vorhin schon ins Bildglatsch. Ich habe gesagt, die sollen endlich verschwinden. Das war die zweite Aufforderung bereits. Weil die eine habe ich oben vom Balkon aus gemacht. Da sieht man mich hier drauf nicht. So. Die stehen weiter rum, die stehen weiter rum. Jetzt stehen sie noch weiter hinten. Da kommt jetzt dann wahrscheinlich gleich der eine von oben. Das war ein Bildfehler. Ach nee, hat jetzt wieder gestoppt. Moment. So. Ah, ich weiß, warum die Zeit nicht stimmt. Die Zeit stimmt nicht, weil es die falsche Tageszeit ist. Ach so. Ja, okay, gut. Habe ich verpeilt. Egal. Das ist jetzt nämlich die falsche Zeit, weil ich habe bloß bis 18 Uhr irgendwas eingegeben. Ja. Das ist halt blöd, ne? Aber egal. Ihr wisst, was ich jetzt meine. Mittlerweile sind sie weg. Ja. Meine ganzen Kameras. Schon machen wir aus. Ja, also. Ihr wisst, was ich meine, ja? Das ist definitiv... Ach nee, ich muss aufschauen. Jo, hau rein. Also, ich bin jetzt auch gleich weg. Ich will jetzt nämlich meinen Film gucken. So. Aber... Ich denke, das ist jetzt offensichtlich gewesen, wer hier der Lügner ist von uns beiden. Wir waren nicht auf deinem Grundstück. Äh, doch, wart ihr. Oh, Mann. Das Schöne übrigens, ich weiß nicht, ob man es, wie gesagt, vorhin noch gehört hat. Da haben sie ja noch, als sie weggegangen sind, so... Und das sind keine Hälte? Ernsthaft? Ach, komm, Ernsthaft, ey. Ernsthaft, der labert ihr Scheiße. Das sag ich euch. Na gut, egal. Was wird's für ne... Was wird's für ein Film? Was für ein Film? Ach so, Spider-Man. Was dran mache. Zum Thema, äh, ich renoviere. An den guten, äh... Elidan, glaub ich, war das, ne? Hast du gefragt, Leute? Egal. Also, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hol mir jetzt noch einen Joghurt aus dem Kühlschrank. Und dann... Mach ich noch das Licht aus, das von vorher noch an ist. Ähm... Das ist ein Kühlschrank. Das nenne ich einen Kühlschrank. Vor allem hier. Auch noch alles voll. Ah, sauber gemacht wird er allerdings auch mal. Ich hol mir jetzt erstmal einen Bacardi. Und einen Energy. Ja, Joghurt hol ich mir nach dem Essen. Das ist ein Geschickter. Gut. Haut rein. Schönen Abend noch. Und ich hoffe, dass so ein Quatsch nicht nochmal vorkommt. Und ich hoffe, dass so ein Quatsch nicht mehr da auch ein Bild hat. Und dann kann man mich damit... Und ich versuche, dass es so ein Hubschrank, der sich für die Hubschrankt hat. Ich hoffe, dass... Und ich hoffe, dass so ein Hubschrankt hat.